Willkommen zurück, es geht weiter mit einer neuen Folge Gunscore & Cannoli. Megamäßig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir sind hier in der Quarantänezone, in irgendeinem Stollen. Wir wollen weiter und die Drahtzieher ausfindig machen. Dafür müssen wir jetzt hundertprozentig hier runter. Da liegt eine neue Waffe, ich bin gespannt, was die drauf hat. Alter! Die ist fett. Eine Magnum, so liebe ich das. Gut, aber die verwahren wir uns lieber. Lass mal hier drüben hin. So. Welche Waffe ist denn jetzt wohl angebracht? Ach, nehmen wir mal die Pumpgun. Natürlich, aber nicht mit mir, ihr Freunde. Nicht mit mir. Und Schüss. Weg ist der Schädel. Ach, nein. Der Typ. Lass mal stecken. Coole Sache. Schaut mal, eine Backendlagengeburt. Sauber. Da duckt er sich. Wer bist du denn? Mein Gott. Eine schwere Geburt. Das ist hier immer überraschend vom Himmel fallen müssen. Gegen die sollte mal die normale Pistole auch was bewirken. Gehen die wohl weniger. Nur ab und an. Können wir ein bisschen Munition sparen. Fuck. Komm ich so nicht weiter? Muss ich hier hoch? Moment mal, muss ich das hier eintreten? Natürlich, was auch sonst. Wunderbar. Schenk fest. Und Tschüss. Clean up. Ach ja, Moment. Die können wir jetzt auch mal benutzen. Ich wollte mal so ein bisschen Luft haben zum Atmen. Boah, was ein Drecksack. Wo ist sie? Da. Aber da will ich sie nicht. Okay, komm her. Legen wir sie weg. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Hey, du hast ein Support da. Tja. Jetzt ist guter Rat teuer. Diesmal war ich schneller. Geil. Den Dinosaurier habe ich jetzt hier einen MG. Einen Triceratops. Wie geil. Und einen MG. Das verwahren wir. Das sage ich euch aber. Für die guten Gegner. Alter, ein Führer. All right. Schießarte. Rums, rüber, weg. Jetzt kämpfen gegen Nazis. Geil. Geil. So, der ist weg. Schießarte. Den habe ich gar nicht gesehen. Führer. Ne. Den müssen wir uns anders krallen. Ne, 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 mein Freund. Nicht mit uns. Ich liebe der Kommandos Uniform. Scheiße. Perfekt gelöst. Perfekt gelöst. Bats. Eat this, motherfucker. Weg mit dir. Wunderbar. Das hätten wir auch soweit. Ey, ne, ne, 40. Yes. Oh, wie geil, ey. Aber nur noch vier Schuss. Richtig geile Waffen hier. Mit einem Bajonett bewaffnet und Gasmaske. Wo kommst du? Schädel weg! Perfekt! Wunderbar! MP40 Ich hab sie schon wieder gesehen. Da kommen sie schon. Oh Gott! Da hat auch noch eine Panzerfaust. Und tschüss. Was eine Bunkeranlage hier. Echt hammermäßig. So, deine Panzerfaust! Deut mir! Wow, 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 wow. Du wirst ja wohl die Panzerfaust direkt zünden, wenn ich vor ihr stehe, oder? Doch! Doch, das macht er. Die sind so dämlich. Alles klar! Ah! Kollege Schnürschuh! So viel Zeit muss sein! Gehen wir oben lang! Nichts drin! Shit! Ich bin schön überrascht! Kommt eine Welle, ne? Möchte ich doch verwenden. Wartet! Gut! Oh oh. hui na ja gut hauptsache wir haben es überlebt oder ich will gar nicht wissen was passiert wenn die mich erreichen wahrscheinlich spießt nämlich direkt auf wunderbar den haben wir den auch perfekt ich glaube nicht dass es eine gute wahl ist pump gun wunderbar von den anschleichen ist nicht jutz moment auch der ist weg der eine dicke bumme da würde ich sagen nehmen wir auch die dicke bumme wir gehen runter und dann bleiben wir weg daneben daneben geschossen ich glaube ich spinne da komme ich nicht hin ganz schön verzwickt dieser bunker ich finde die machen das ganz gut oder sehr schön sind wir jetzt hier gleich mal raus aus dieser bunkeranlage das gibt es doch nicht sieht's aus sieht's aus Was ist der Stil in die Barrelse mit dem ZOMBIE-POISON? Ich sage dir jetzt, das ist eine BAD IDEA! So, was ihr Monkeys tun hier? Haha, da ist nur eine Monke hier, Mr. Vinnie. Und das ist du. Wie die HELL DO YOU KNOW MY NAME? Ha, 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 ha! Du verstehst du, mein Mann? Du kam direkt zu diesem Ort, wie wir planned haben. Wir haben spezielle Pläne mit dir in Deutschland. So, da ist nichts für violen. Nur über meine Leiche! Nur über Winnies fucking Leiche! Okay, wir laden erstmal durch. Sollte das den Führer darstellen? Also, ich glaube nicht, oder? Oh, eine Panzerfaust! Sehr schön, ich nehme mir mit! Komm nicht rüber! Winnie! Oh, eine Kugel hat mitgenommen! In den Staub! Okay, hier unten lang! Mach mal Panzerfaust! Zack! Kriegt ja schon viele! Und das macht mir Sorgen! Romm, 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 romm! Romm, romm, romm! Romm, romm! Im Spring-Move! Weggeschmettert, den Typen! Wow! War das ein Torpedo? Das war ein fucking Torpedo. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Alles klar. Ich brauch andere Geschütze. Ach du Scheiße. Voll daneben. Habe ich's? Okay, 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 okay. Ist ja okay. So ein bisschen Heilung wäre nicht schlecht. Fuck you. Eindeutig zu viele Granaten. Machen wir die ganze Schoße nochmal. Erstmal direkt daneben. Voller ihn gemacht. Richtig ein. Aufs Maul. Nur gut. Alles klar. Die können doch so weg rufen. Mit der Tommy Gun geht das besser. Wie mit dem Raketenwerfer. Man kann sich überhaupt hier nicht richtig konzentrieren, worauf man feuern soll. Immer nur Feuer und Bewegung. Flammenwerfer muss weg. Sehr gut. Das ist schon mal gut. Wartet, wartet, wartet. So, jetzt. Komm schon, mach das Geschütz noch weg. Sehr gut. Rini, du bist der Geilste. Und hier nochmal ein bisschen Munition tanken. Perfekt. Wenn ich gewusst hätte, dass das besser damit geht, wie mit der Panzerfaust, hätte ich das sofort gemacht. Topgab.